Hallo zusammen, heute möchte ich euch den Wein des Monats August vorstellen. Er ist schön, zuckersüß, aber auch doch ein bisschen spritzig, frisch, leidenschaftlich. Es ist unsere Kerner Spätlese aus Rheinhessen von dem Weingut Weber. Von der Nase würde ich sagen schöne Rosenblüten und im Geschmack. Mal schauen. Ja, super frische, reife Birnen und vielleicht ein bisschen Muskat oder Nelke. Ich würde sagen schön zum Dessert oder Schokolade. Also kommt doch vielleicht einfach mal vorbei, nehmt euch ein paar Flaschen mit oder ihr könnt ihn auch online bestellen.